Ja, die Basis und wir 2020 hatten irgendwie ja den Anspruch, stärker basisdemokratisch orientiert zu sein, besonders die Basis, was ja bedeutet hätte, dass freie Argumente auf den Tisch kommen, dass es eine Partei, dass es Parteien des Neuwissenserwerbs werden, die sozusagen offen sind dafür, dass die parteiinternen Reformentwickler und die externen Reformentwickler, externen Experten, die neutral bleiben wollen oder müssen, weil sie sich sozusagen als Helfer der Menschheit allen verpflichtet fühlen und sich deswegen nicht nur auf eine Partei fixieren können, indem sie Mitglied einer Partei werden. Das sind dann die externen Experten, externen Regierungsberater, externen Reformer. Ich will nennen sie kurz die externen Reformer, weil es ja um Leute geht, die nicht nur Expertenwissen haben, sondern auch in der Lage sind, aus diesem Expertenwissen heraus Reformkonzepte und damit Parteiprogrammspunkte, Wahlprogrammspunkte zu entwickeln, sozusagen. Bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, also, und leider hat sich gezeigt, dass auch die Neuparteien da nicht funktioniert haben, sondern dann irgendwelche Leute wieder voreilig und sich für bestimmte externe Reformer entschieden haben oder jedenfalls dafür entschieden haben, die von uns empfohlenen acht externen Reformer nicht in Gänze zu hören, bevor dann letztendlich die Parteibasis ja die Chance hatte, sozusagen erst nach Anhörung dieser acht externen Reformer und eben der von der Partei bisher für sinnvoll gehaltenen externen Reformer und nach einem, ja, nach Talkshow-Redesituationen, in der dann vielleicht schon die anwesende Parteibasis sozusagen hätte schon befragt werden können, wem wollt ihr denn drei Extraminuten geben, weil ihr davon noch mehr wissen wollt, weil es euch bisher noch am meisten überzeugt hat und so weiter. Dann hätte man also das basisdemokratische Element mit den Zoom-Talk-Situationen kombinieren können und hätte dann immer gewisse Abstimmungen machen können. Und das hätte natürlich wieder vorausgesetzt, dass man auch sich sorgfältig Mühe gegeben hätte, bei der Aufnahme von Neumitgliedern immer auf das Einhalten einer ungefähren repräsentativen Wählerstichprobe zu sorgen, weil es nützt ja nichts, wenn man Parteimitglieder aufnimmt, aber zum Beispiel 90 Prozent der Parteimitglieder Linksextremisten sind oder Rechtsextremisten, dann kriegt man natürlich eine unausgewogene Landschaft und kriegt auch dann am Ende unausgewogene Entscheidungen über die externen Reformer. Ideal wäre also sozusagen für solch ein Projekt, dass man darauf achtet und mit allem dessen, was man darüber an Wissen finden kann, wie schaffe ich es, ungefähr eine repräsentative Wählerstichprobe zusammenzusetzen und nicht jedes Mitglied aufzunehmen, sondern nur so viel, wie man braucht, um alle Positionen zu besetzen, alle Kandidatenpositionen zu besetzen. Da gibt es ja wohl bestimmte Anforderungen und man sozusagen, wenn man nicht eine bestimmte Zahl an Kandidaten stellt, kann man hinterher auch nicht genügend Abgeordnetenplätze besetzen und hat dann also sozusagen stimmliche Nachteile bei den Abstimmungen in den Parlamenten. Also muss man da eine Minimumzahl an Leuten aufnehmen, aber die sollte man so sorgfältig prüfen, immer wieder mit der Frage, kommen wir einer repräsentativen Wählerstichprobe so näher oder entfernen wir uns der repräsentativen Wählerstichprobe so mit einer neuen Person. Und so müsste man eigentlich vorgehen. Schluck Wasser. Und jetzt haben wir nochmal mit einer Person, mit der wir ja auch schon mehrere Sendungen gemacht haben, mit einer Person, die bekannt ist von der berühmten Talkshow Maischberger und bekannt ist von vielen anderen Sendungen, Berichten, auch der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, nämlich Jürgen Wagner bzw. der Theologe Jürgen Wagner bzw. Spitzname Öff Öff, sozusagen führend tätig für den Begriff Schenkerbewegung, der auch sozusagen irgendwie in den Kontext matriarchale, urmatriarchale Bonobo-Kommunen, Bonobo-Schenker-Kommunen könnte man das kombinieren. Also genau genommen passt das sehr gut zu den von uns empfohlenen externen Reformern wie Dr. Heide Göttner-Abendrot, Prof. Franz De Waal, Ottmar Lattorf, die sich alle auch irgendwie rund um das Thema Matriarchalität, ist der Mensch genetisch matriarchal und wurde nur durch den bösartigen Raubtier-Kapitalismus sozusagen seiner Glücksmöglichkeiten beraubt durch Unterdrückung und Angstbesetzung seiner natürlichen Ur-Klammer zu matriarchalen Bonobo-Schenker-Kommunen-Lebensweise, ist der Mensch dadurch glückszerstört geworden, weil das oberste Prinzip das Raubtier-Kapitalismus ist, unbewusst erzeuge, zeuge ohne Bewusstheit den einsamen, kaufsüchtigen, unglücklichen Single, der maximalen Konsum an den Tag legt. Ja, und so haben wir jetzt also bis jetzt noch keine Partei des Neuwissenserwerbs. Es stehen sich die Altparteien und die Neuparteien, die man jetzt auch schon wieder als Altparteien verstehen muss, unversöhnlich gegenüber bestimmter Einzelmeinungen, dominieren in den jeweiligen Parteien und es findet kein richtiges Einander-Zuhören statt, ein Neuwissenserwerbs findet nicht statt und das hätte ja sozusagen eine echte basisdemokratisch orientierte Partei sein müssen und können nämlich eine freie Argumente-Kultur-Partei hätte das sein müssen, aber dieser Weg wurde verlassen, weil wahrscheinlich keine Basis jemals in irgendeiner der Parteien konsensiert hat, sich nur auf bestimmte externe Reformer und interne Reformer zu konzentrieren. Also wahrscheinlich hat keine Parteibasis wirklich konsensiert, dass man von Anfang an die freie Argumente-Kultur und das Zulassen externer und interner Reformer aller Art sozusagen dieses Grundprinzip zu verlassen, das hat wahrscheinlich keine Parteibasis jemals so konsensiert. So prallen weiterhin Filterblasen gegeneinander ohne Anhörung der inneren Reformer und externen Reformer und damit ohne Neuwissenserwerbsmöglichkeit. Das heißt, und deswegen will ich jetzt gleich hier natürlich diese Chance geben und sagen, was bringen diese acht externen Reformer, die wir vorgeschlagen haben, von der wir ja nur eine sind, was bringen diese so an Neuwissensangebot mit sich, ja, wenn auch mit bestimmten Abweichungen, ja, wir würden sagen, wir sehen das dann noch etwas genauer als die anderen sieben, aber die anderen sieben wären eben auch wichtig und das sind ja ganz hochrangige Leute, Wirtschaftsweise, Sachverständigenrat der Bundesregierung, der berühmteste Volkswirtschaftler Hans-Werner Sinn und, ja, und, 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 also Gemeinwohlökonomie, alles große Namen oder bekannten Namen, Postwachstumsekonomie, Professor Nico Pech, die Großgedanke, alles große Namen und Titel und warum man die von, das ist an, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeine Parteibasis gesagt hat, die schließen wir von vornherein aus, aus dem, aus dem Neuwissensangebot sozusagen. Und, ja, unser Neuwissensangebot werde ich dann mal benennen und, ja, und deswegen also sage ich jetzt mal so sehr, ach so, kurz der Hinweis, sind wieder in dem besten Sender News und Talks, es sind wieder in der Playlist 5 neue Sendungen reingesetzt worden über das Naturgesetz der Gravitation nach Sir Isaac Newton, eine Sendung mit Professor Bhakti nochmal, die so seine gesellschaftskritische Seite zeigt und so weiter. Da ist also wieder einiges Neue drin. Ja, Frauenbus-Tour wahrscheinlich jetzt tatsächlich beendet, ja. Ja, wir müssen so vorgehen, ja, sehr geehrter Moderator, liebe Wählerinnen, ja, ich bin jetzt ja quasi Gast in der Talkshow bei dem neuen Markus Lanz des Internetfernsehens und begrüße Sie jetzt, liebe Wählerinnen, ja, ich versuche Ihnen unser Neuwissensangebot, also unser, ja, das Neuwissensangebot der nextscientistsforfuture.de vom Weltrat und wir empfehlen Ihnen, Naturwissenschaft als den entscheidenden Wahrheitsfindungshelfer zu erkennen, ja, denn das ist das Dilemma, die Menschen haben noch nicht verstanden, dass echte Naturwissenschaft, seriös gemachtes naturwissenschaftliches Denken, uns da die wirklich so etwas wie die Wahrheitsfindung ermöglicht. Und deswegen gehe ich jetzt mal hier so vor. Ja, ich stelle Ihnen jetzt zum Beispiel unseren Standpunkt dar, dann würden Sie von noch vielen anderen externen Reformern den Standpunkt hören, die Sichtweisen und Reformvorschläge hören und deren Hintergrund. Und dann würden Sie sozusagen befragt werden vom Moderator, wer soll jetzt mal noch drei Extraminuten bekommen, weil sie das Bisherige dieses externen oder internen Reformers bisher am meisten überzeugt hat. Und ja, und so kann man so vorgehen, dass man zwar immer im Gespräch mit allen Reformern bleibt, aber so durchaus auch eine demokratische, zeitliche, redezeitliche Bevorzugung machen kann. Bei jeder Sendung und bei jeder Talkshow-Zusammensetzung jeweils neu und dass wir so dann wirklich in einen Wahrheitsfindungs- und Wahrheitsentwicklungsprozess kommen. Ja, von daher fange ich jetzt mal an. Was ist das Neuwissensangebot, das uns die externen Reformer nextscientistsforfuture.de machen? Schauen wir mal rein. Beginnen wir doch einfach mal bei der Urzeitskala. Also wir empfehlen und sagen, liebe Menschen, die Sie ja Wahrheit suchen, Sie wurden bisher von unzähligen sektiererischen Splittergrüppchen versucht, auf Irrwege zu bringen, von NGOs auf Wege zu bringen, die irgendwie jeweils für diese Splittergrüppchen Vorteile gebracht haben, aber nicht für Sie, ja, liebe Wählerinnen und Wähler. Die Nextscientists for Future und den Weltrat gibt es nur mit dem Ziele, Ihr Leben gesünder, länger, reicher, glücklicher zu machen. Und dafür müssen wir uns auf die Wahrheit orientieren und müssen es Ihnen weghelfen von den Splittergrüppchen sektiererischer Gruppierungen, die alle ein Interesse daran haben, meistens ein Interesse, Ihnen in irgendwelcher Weise Geld aus der Tasche zu leiern. Das heißt, wir betteln weder nach Spenden noch kostet bei uns irgendwas, was bei uns ist, alles kostenlos. Ja, bisher, denn wie gesagt, Sie haben es mitgekriegt, dass wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich beginnen werden, den Weltrat und dessen Erkenntnisse kommerzielle Partner zu finden, nämlich als das weltbeste Großunternehmens- und Staatscoaching sozusagen, als Produktweg für bestimmte Partner. Das können große weltweite Unternehmensmanagement-Beratungskonzerne sein, Public Relations-Konzerne können da mögliche Partner sein. Die alle die Möglichkeit hätten, eventuell Großunternehmen zu erreichen und diese dann als Kunden für das weltbeste, wirksamste und hilfreichste, milliardenschwere, effiziente Großunternehmens-Coaching zu gewinnen. Aber bisher ist alles kostenlos, weil noch steht der gesamte Weltrat in dieser Ehrenamtlichkeitssituation. Ja, und von daher beginne ich jetzt mal, indem ich sage, hier, wir sollten uns von den sektiererischen Weltanschauungen lösen und zu der Erkenntnis kommen, dass da die Naturwissenschaft wohl der Wahrheit am nächsten ist, dass es vor 13,8 Milliarden, also 13,8 mal 1000 mal eine Million Jahre, das heißt, 13,8 Milliarden Jahren zu irgendeiner Art Urknall kam, vor 10 Milliarden Jahren ungefähr irgendwie die Galaxien so langsam sich herausentwickelt haben und vor 5 Milliarden Jahren unser Sonnensystem sich herausentwickelt hat, vor 4 bis 3 Milliarden Jahren das Leben auf der Erde, seinen Siegeszug begann, das heißt, sich replizieren könnende oder vervielfältigen könnende Materie sozusagen, die auch dann auch noch teilweise Fähigkeiten zur Bewegung und Wachstum und später auch Bewegung aufweist sozusagen. Und das sind dann wir Menschen, wir können uns bewegen, wir wachsen heran und bewegen uns, während Pflanzen in erster Linie heranwachsen und größer wachsen, sich aber nicht so direkt bewegen, sondern nur durch ihre Samen sich räumlich fortbewegen und wir können uns auch auf zwei Beinen durch die Welt bewegen und das ist also sich bewegende, wachsende und sich bewegende Materie, ja, sich fortbewegende Materie, das ist Leben, ja, in dem weitesten Sinne, ja. Und ja, und dann ist eigentlich nur wichtig, dass mit dem Aussterben der Dinosaurier circa vor 65 Millionen Jahren, also ein riesiger Sprung dann wieder, 65 Millionen Jahren, dass da sozusagen der Aufstieg von unseren Urgroßeltern begann, nämlich den Säugetieren, die dann allmählich auch sich auf die Bäume hin ausbreiteten und sich manche davon auf die Bäume anpassten. und so dann wir vor 13,8 Millionen Jahren affenähnliche, menschenähnliche waren, unsere Urgroßeltern und dann sich weiterentwickelt haben, sozusagen, ja, letztendlich vor 5 Millionen Jahren so aufrechter Gang, sozusagen, dann so allmählich Richtung aufrechter Gang der Savannenbonobo sozusagen und dann, ja, die Australopäthizinen und hier vor 4 Millionen Jahren, spätestens vor 4 Millionen Jahren, dann der endgültige Verlust unserer Eckszene, die für Rivalenkampf standen, sozusagen, also der eifersuchtsfreie, matriarchale Bonoboschenker-Kommunismus Das war genetisch erfunden als die pazifistische Lebensweise, dann vor 2,5 Millionen Jahren Erfindung von Technik, die ersten Steinmesser und Steinhämmer wurden systematisch hergestellt und dann, ja, vor 2 Millionen Jahren Homo erectus mit dann auch irgendwann Fellverlust und dann, ja, letztendlich Gehirngröße vielleicht 1,2 und dann vor 400.000 Jahren der späte Homo erectus Erfindet leichtfertigerweise Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung und erkennt nicht, dass so etwas nur mit starken positiven Anreizen möglich ist, weil sonst es zu einer Evolution der vorteilbringenden Irrtümer und der Durchseuchung der Weltbevölkerung mit entsprechenden parasitären Memen beziehungsweise Killerviren des Geistes kommt, sodass also dann Glückszerstörung und Gesundheitszerstörung quasi das Wirtschaftsziel wird, weil glückszerstörte und gesundheitszerstörte Menschen einfach den Frühärzten und Frühhändlern mehr abkaufen als andere und so sozusagen unser Leben zerstört wurde und deswegen, wie können wir also ihr Leben, also ich gehe nochmal hier darauf ein, hier kurz, wie können wir also ihr Leben glücklicher machen, nachdem also die Frühärzte und Frühhändler nach dem Naturgesetz, nach dem universellen Prinzip und Naturgesetz von Mutation und Selektion und die ersten Frühhändler und Frühärzte, die sich irrten, auftauchten und die uns sozusagen, die sozusagen, deren Irrtümer, euer matriarchaler, urmatriarchaler, Bonobo-Schenker-Kommunismus ist ja ekelhaft widerlich, so viel Sex und so viel Körperkontakt widerlich, hört auf damit, das ist ja schrecklich und so weiter. Nein, ihr könnt auch meine denaturierten Nahrungsmittel kaufen. Es liegt, wenn ihr krank werdet, liegt es nicht an eurem Lebens- oder Ernährungsstil, es liegt an winzigen Dingen, die wir später Viren, Bakterien und Pilze nennen werden und die sind die absoluten Killer und die töten euch und deswegen müsst ihr uns möglichst viele Impfungen, Tests, Masken, Bestrahlungen, Operationen, Chemotherapien und so weiter abkaufen. Nur so könnt ihr gesund leben, Schluck Wasser. Und dieser Irrtum führte dann dazu, dass der Frühhändler viel an immer mehr konsumsüchtig werdende, glücksreduzierte Menschen verkaufen konnte und dann, die sich dann krank gegessen haben und dadurch dann immer mehr medizinische Behandlungen verkaufen konnte und dann wurde er hier Vater eines leiblichen Kindes oder Mutter eines leiblichen Kindes, also älter eines leiblichen Kindes, dann von drei Enkelkindern, vier Urenkeln und so weiter und wurde damit der Vorfahre von Drosten, Wieler, Lauterbach, Alnatura, Aldi und Co. Und hier gibt es dann noch geistige Schüler und irgendwann wird das zu einer Universität und hier sind gleich fünf Schüler und die tragen natürlich auch noch diese vorteilbringenden Irrtümer und die werden die geistigen Vorfahren von Drosten, Wieler und Lauterbach. Und ja, das ist, und dann sieht die Hilfe an sie natürlich aus. Wir müssen ja diese vorteilbringenden Irrtümer, die ja bei ihnen im Gehirn als parasitäre Meme oder als Killerviren des Geistes ihren Verstand trüben sozusagen und sie zu Sklaven dieser Frühärzt, der Händler und Ärzte gemacht haben. Davon müssen wir sie befreien und das geht nur durch positive Anreize, denn wenn es positive Anreize, also Überlebenschancen im Wirtschaftswettbewerb nur noch gibt für diejenigen, die umschwenken zu dann vorteilbringenden Wahrheiten, nur dann kommt es zur blitzschnellen Ausbreitung dieser Wahrheiten und dann sterben blitzschnell die früher vorteilbringenden Irrtümer aus und sie als WählerInnen, ihr Leben ist gerettet, ihr Leben wird gesünder, länger, reicher, glücklicher, denn reicher wird das automatisch, wenn Sie sich vorstellen, dass wir nur noch ein Zehntel der Kranken haben von bisher, dann fallen alle diese Kosten weg und Sie können dieses Geld bekommen, letztendlich irgendwann. Natürlich müssen wir erstmal damit beginnen, dass auch Ihre Supermarkt, Kiosk und Restaurantleiter auch Gelder kriegen, sozusagen damit sogenannte Verdienstzuschüsse als positive Anreize bekommen, damit Sie Ihren Supermarkt verstehen als letztendlich Teil des Gesundheitswesens, als Partner der Hausärzte-Teams sozusagen mit dem Ziele, ihr Leben gesünder, glücklicher und besser zu machen und länger zu machen und denn dafür gibt es nur noch, nur noch damit überlebt man in Zukunft, ja und ja und dadurch, dass wir dann in diesem Sinne die vorteilbringenden Irrtümer und damit den antikooperativen Anteil jeder gesellschaftlichen Sparte verstanden haben, lassen wir ihn also durch positive Anreize nicht nur die vorteilbringenden Irrtümer, sondern gleich auch damit den gesamten antikooperativen Anteil aussterben und dadurch werden Sie gesünder, Ihr Leben wird gesünder, länger, gesünder, länger, reicher, glücklicher und darüber sollten Sie uns dann in den Talkshows ausquetschen, was das im Detail bedeutet für Bereiche, die Sie interessieren und zum Beispiel könnte ein Bereich sein, dass Sie vielleicht sehen, wie machen Sie zum Beispiel, wie könnten denn die Next Scientists for Future mich als WählerIn auch schlanker machen, schlank, in diesem Sinne gesünder, also schlanker und dann auch noch das Gewicht zu halten, wie können die mir helfen, dann könnte ein Konzept sein, ja, das Problem bei der sogenannten Tresor-Methode ist ja das, ich habe Leute, bei drei Leuten liegt ein kleiner Schlüssel von dem Tresor und ich habe nur die Möglichkeit, an diese Schlüssel ranzukommen, also ich habe nur täglich einmal die Möglichkeit, was kaufen zu können und zwar zu einer Zeit, also die sozusagen vom späten Nachmittag, wo meine gefährliche Zone beginnt, bei der ich anfangen würde, eventuell mehr zu essen, als mir gut tut, Schluck Wasser, also man müsste es quasi so programmieren, dass auf ihrer Krankenversicherungseinkaufskarte eine Sperre drin ist, ja, das bedeutet nicht, dass wir das Bargeld abschaffen, aber für die Leute, die abnehmen wollen oder Alkohol oder Zigaretten aufgeben wollen, also wer ganz bewusst sich entscheidet, freiwillig entscheidet, ich möchte meine Suchsüchte aufgeben, meine Konsumsüchte, die mir ja der Raubtierkapitalismus beigebracht hat, indem ihr mir mein Glück geraubt habt, aber ich möchte jetzt parallel zu dem Prozess, es wird ja eine Zeit lang dauern, bis die ersten durch Hausärzte angeregte oder Hausarztersatzpraxisteams angeregte die ersten Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften im Sinne von matriarchalen, also glücksorientierten matriarchalen Bonobo-Schenker-Kommunen, bevor die existieren, möchte ja der eine oder andere vielleicht doch schon sein Übergewicht, seine Esssucht, Alkohol und Zigaretten oder Medikamente oder andere Dinge in den Griff kriegen und da gibt es dann eben nur die Möglichkeit oder Spielsucht wäre ja auch eine Möglichkeit und dann gibt es nur die Möglichkeit, dass ich sage, ich für diese Zeit, nur für diese Zeit verzichte ich mal auf Bargeld, sondern mache es so, dass in meiner Krankenversicherungseinkaufskarte auf meinen Wunsch hin einprogrammiert wird, dass sozusagen ich nur zum Beispiel nur vor zum Beispiel 15 Uhr oder vor 16 Uhr einkaufen darf in Höhe von 5 Euro zum Beispiel und das, wenn ich dann einmal maximal 5 Euro und wenn ich dann einmal eingekauft habe, man kann auch mal sagen, maximal 10 Euro, ja, aber damit man auch mal ein teures Olivenöl kaufen kann oder so mal Sachen nachkaufen kann, die gebraucht werden, bei mir ist das zum Beispiel, dass ich letztens habe ich alle Nusssorten, die es gibt, auf einmal gekauft, das hat über 20 Euro gekostet, ja, das habe ich dann halt mal gemacht, aber eben normalerweise 10 Euro reichen, da kann man auch die Nüsse nach und nach kaufen und so weiter, man hätte die also auch nach und nach kaufen können und von daher also sozusagen, wenn man so sagt, pro Tag Begrenzung nur für 10 Euro mit der Karte kaufbar, man könnte es ja so machen, dass wenn man jetzt noch ein Auto hätte und unbedingt Benzin kaufen müsste, dass man irgendwie eine Karte kriegt, die nur Benzinbezug ermöglicht, aber nicht Essens, also nicht Einkaufen ermöglicht, also getrennt eine Tankkarte und eine, also sozusagen für Sachen, die man unbedingt braucht, weil man vielleicht beruflich das Auto braucht, dann hätte man eine Tankkarte, die nur zum Tanken geeignet wäre, auf der also quasi ein Guthaben wäre und eben eine Krankenversicherungseinkaufskarte, wo ich dann einmal am Tag vor 16 Uhr zum Beispiel einmal einkaufen kann und wenn ich dann einmal eingekauft habe, ist die Karte bis zum nächsten Vormittag dann wieder gesperrt, sodass ich also sozusagen einkaufe oder im Restaurant mir einmal was bestelle und das dann mit der Karte bezahlt wird. Man darf dann auch im Restaurant nur noch einmal bestellen, solange man klar bei Verstand ist. Also es ist meistens so, wenn man bestellt, hat man noch eher die Möglichkeit zu überlegen, ist das jetzt zu viel, passt das in mein Abnehmen-Konzept rein, nehme ich damit leicht ab, sind das genügend wenige Kalorien, sind das ungefähr 700, 800 Kalorien, sodass ich abnehme oder ist es schon wieder zu viel und so weiter und solange man sich ja noch auf das kommende Essen freut, fällt es einem noch leichter, die Menge zu begrenzen und wenn man dann einmal bestellt hat und das dann schon mit der Karte bezahlt worden ist, das müsste dann also immer sofort mit der Karte bezahlt werden, bei der Bestellung und dann der Beleg gegeben werden und sodass man dann im Prinzip dann, wenn man nach dem Essen der vielleicht relativ kleinen Portion dann doch noch sagt, ach, ich würde jetzt doch noch gern was reinstopfen, dass man dann nichts mehr hat, dass man dann gar nichts mehr kriegt, weil man ja schon einmal pro Tag entweder bestellt oder eingekauft hat und dann hat die Karte eine Sperre bis zum nächsten Vormittag und dann hat man wieder die Möglichkeit irgendwann vor 16 Uhr wieder einzukaufen und so würde uns die Gesellschaft, der Staat dann helfen dabei von unseren Süchten loszukommen, irgendwann würde es dann auch die ersten urmatriarchalen Bonobo-Schenker-Kommunen geben, in denen der Glückslevel so angehoben wird und auch durch die Hausarzt- Ersatz- Gesundheitskommunen wird ja unser Glückslevel auch so stark schon angehoben, wenn dann noch die urmatriarchalen Bonobo-Schenker-Kommunen dazu kommen, dann wird also unser Glückslevel noch weiter angehoben sozusagen und ja, dann fällt es uns auch immer leichter, die Schichte sein zu lassen, ja, und ja, in diesem Sinne würde das mit der Krankenversicherungseinkaufskarte uns Ihnen allen helfen, dass bei Ihnen auch die Tresormethode klappt, nämlich dass in der Karte quasi der Tresor versteckt ist, während er bei mir physisch ist, also bei mir ist es tägliches Kleingeld, das ich bekomme und mit dem gehe ich einkaufen und in Restaurant gehe ich sowieso nie und mit dem und den Rest des Geldes schmeiße ich dann in den Tresor ein, also Tresor mit Einwurfmethode, ganz praktisch bei mir und damit sozusagen habe ich dann, nachdem ich dann gegessen habe, bin ich geldlos und auch wenn ich dann das Gelüste habe, irgendwie doch noch ein bisschen Suchtkonsum zu praktizieren, dann habe ich dafür kein Geld mehr in der Hand und kriege erst am nächsten Tag wieder was und das würde dann mit der Einkaufskrankenversicherungseinkaufskarte realisiert werden und wäre dann die Hilfe für jeden in der Gesellschaft, wenn er das möchte, seine Sucht wirklich loszuwerden, auch wenn er vielleicht noch nicht in einer glücksförderlichen, noch nicht so richtig glücksgefördert ist durch Hausarzt, Gesundheitskommune und und urmatriarchale Bonobo-Schenker-Kommune ja und dann werden wir so vorgehen, dass zum Beispiel die Marktleiter, die Supermarktleiter, Kioskleiter, Restaurantleiter werden ihre Preise für Gesundes automatisch senken, denn die Verdienstzuschüsse, die sie bekommen, die werden sie, Schluck Wasser, am Ende aus Wettbewerbsdrucksgründen, ja, wir haben ja eine Situation des Wettbewerbsdrucks in der Wirtschaft, ja, und deswegen werden sich ja die Marktleiter an diesen staatlichen Verdienstzuschüssen, von denen ein Teil der Gelder auch aus den Krankenkassen stammen wird, weil dort ja Riesengelder eingespart werden durch die Gesundheitsreform, die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, sondern es wird quasi so sein, dass dieses, diese Verdienstzuschüsse wird sich nicht der Marktleiter überwiegend in die eigene Tasche stecken, sondern nur ein bisschen davon, er wird den Großteil an sie als Preissenkungen weitergeben und da die Verdienstzuschüsse ja nur dann höher ausfallen, wenn es ihm gelingt, sie zu inspirieren in Richtung gesündere Ernährung mit seinen Ernährungsberater innen sozusagen, die er angestellt hat, dann sozusagen und seiner Gesundheitslandschaft in der Mitte des Marktes, ja, dann wird er das als Preissenkung für alles Gesunde. Ich habe ja zum Beispiel so, wenn ich durch die Supermärkte gehe, ich würde dann also, ich könnte die gesunden Sachen zusammensammeln und die könnten ja dann in der Mitte des Marktes als die Gesundheitslandschaft fungieren und für die Sachen würde dann der Marktleiter den Preis senken und natürlich würden die Sachen immer gesünder werden, weil ja der Marktleiter auch auf seine Lieferanten die Anforderung stellt, in Zukunft wollen wir von euch nur noch Gesundes, ansonsten seid ihr raus aus dem Geschäft und dadurch werden dann durch, dadurch, dass dann auch die großen Ketten wie Rewe, Aldi, Lidl und so weiter, große chemische Latbohre beschäftigen können und dann klare Erkenntnisse gewinnen, ob jetzt etwas wirklich giftstofffrei ist und ursortennah und naturbelassen und reichhaltig viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe beinhaltet und so weiter, also höchstwertig ist und das wird natürlich nach und nach das gesunde, also ein Austauschprozess wird stattfinden, sodass die Marktleiter immer noch Gesünderes in diese Gesundheitslandschaft reintun und dafür anderes, was nicht ganz so gesund ist, rausnehmen sozusagen und so kriegen sie dann als Bürger, als WählerInnen sozusagen immer mehr Gesundheit von allen Seiten und ja und warum wird er das als Preissenkung weitergeben, weil im Wettbewerb wird dann am Ende nur der Marktleiter überleben, wer die Zuschüsse, die Verdienstzuschüsse, die letztendlich staatlichen Verdienstzuschüsse letztendlich zum großen Teil durch Preissenkung für Gesundes an sie, liebe WählerInnen, weitergibt, sodass sie dann irgendwie auch auf diesem Wege super Bio-Qualität zu einem günstigeren Preis bekommen als früher konventionelles, ja, denn sozusagen das Gesundheitsresultat bringt ja dem Marktleiter die Verdienstzuschüsse, mit Hilfe derer er die Preise für die super high-end Bio-Qualität senken kann, und zwar unter das Niveau früherer konventioneller Produkte, ja, und damit können auch diese neuen Marktleiter, also die Marktleiter quasi jetzt dann auch alles andere auskonkurrieren, falls es irgendwo noch einen Markt gibt, der also auf die niedrigen Preise des konventionellen setzen würde, würde der also ruckzuck auskonkurriert werden, weil über die Verdienstzuschüsse für die nachweisliche Gesundheitsförderung bei den Kunden die Marktleiter, die Preise von super Bio-Qualität ja unter das Niveau von konkurrierenden konventionellen Produkten, landwirtschaftlichen Produkten sozusagen senken können und so kriegen sie dann super Bio zum niedrigeren Preis als früher das konventionelle. Das ist doch toll, oder? Das macht doch damit erfüllen wir doch als Next Scientists for Future sozusagen unseren Wunsch, ihr Leben gesünder, länger, reicher, glücklicher zu machen. Sie werden also allein schon dadurch reicher, dass sie super Bio günstiger bekommen als früheres normales Gemüse oder Gemüse oder Obst. und und die anderen alles was sonst an Parteiprogrammen gibt, das ist gar nicht in der Lage, prüfen sie das einfach, das ist nicht in der Lage, konkret ihr Leben gesünder, länger, reicher, glücklicher zu machen. Die anderen Konzepte, also auch die Parteien hier, was haben wir hier, die Basis, wir 2020, hat dafür kein Konzept, also brauchen wir jetzt eine neue FRAG-Partei, die freie Argumente-Kultur-Partei brauchen wir jetzt neu, die sich wirklich an das Basis demokratische ernsthaft hält und eben die Zahl der externen Reformer und der internen Partei-internen Reformer nicht willkürlich begrenzt, sondern mit einer großen Vielfalt anfängt und nur wenn man sieht, dass die Vielfalt zu groß ist, macht man nach und nach, weil es nicht anders geht, dann doch auch Ausscheidungswettbewerbe, die darüber hinausgehen, über die Frage, wer soll jetzt heute drei extra Minuten mehr bekommen in der nächsten Runde und so weiter, sondern dass man dann irgendwann auch sagt, bestimmte externe Reformer und interne Reformer stoßen auf so viel Widerstand beim Konsensieren, dass man die erst einmal vorüber gehen, zumindest mal für ein paar Monate, man kann es ja so machen, dass man dann bestimmte externe und interne Reformer quasi mal für zwei, drei Monate nicht mehr anhört wird und dann wieder eine Anhörung möglich wird, ja, sozusagen, und so dass man dann auf eine überschaubare Zahl von vielleicht circa zehn, 15 externen, internen Reformern kommt, die man handeln kann, mit denen man arbeiten kann und dann kann man ja zwischendurch immer noch mal andere interne und externe Reformer immer wieder alle drei Monate neu anhören, ob die neue Argumente haben, die jetzt plötzlich überzeugen und so weiter oder gar vielleicht neue Entwicklungen haben und so hätte man dann eine echte basisdemokratische Partei mit echter freier Argumentekultur und nicht eine letztendlich wieder nur letztendlich eine nicht mehr basisdemokratische Partei ohne freier Argumentekultur. Ja, und ich war dabei zu erzählen, ja, ich habe es aber eigentlich im Schnelldurchlauf schon gemacht, ja, ich habe auch schon die Einkaufskarte, ja, wie gesagt, der neue Wettbewerb zwischen den Marktleitern und Kioskleitern und den Restaurantleitern wird sein, für Sie als WählerInnen wird sich einfach nur die Frage stellen, ich gucke einfach mal, wo ich Gesundes günstiger kriege und das bedeutet für die Marktleiter, dass sie die Verdienstzuschüsse großenteils an sie werden weitergeben, da wird ein kleiner Anteil Gehaltsaufbesserung für die Marktleiter dabei sein, dadurch freut das auch sie, diese Wände mitzumachen, aber den Großteil der Gelder werden sie als Preissenkungen für Gesundes an sie weitergeben, um sie dahin dabei zu unterstützen, sich zukünftig noch besser gesund zu ernähren. Ja, das war es auch schon wieder mit dieser Seite und was haben wir hier noch stehen? Ja, und das, dann hätten wir auch eine Partei des Neuwissenserwerbs. Ja, das war es schon wieder und jetzt gehe ich noch mal die Bilder durch, damit sie noch mal sehen, unsere Schaubilder. Schauen wir es noch mal durch hier. Ich gehe erst mal ans Ende hier. Ja, heute wird auch diese Sendung noch mal erscheinen, die und zwar diesmal auf dem Sender Next Scientist for Future. Eine schöne Überarbeitung, einer der wichtigsten Presseinterviews durch das wahrscheinlich größte Wirtschaftsmagazin Österreichs Trend. Das wird also heute noch mal neu erscheinen auf Next Scientist for Future. Das ist das mit der Ernährungsberatung, da geht es also auch um gesunde Ernährung, die kommt dann auch morgen noch mal auf Next Scientist for Future, die Sendung. Und alles finden Sie immer in der Playlist 5 von News und Talks, weil das ist der rührigste bester Sender, der sammelt wirklich alles, alles, was wirklich wichtig ist für Sie als WählerInnen und Parteimit. Ja, und dann hier, also noch einmal hier gibt es ja zentrale vorteilbringende Irrtümer, es gibt also ganz gefährliche vorteilbringende Irrtümer, die in ihren Köpfen ja als parasitäre Meme und Killerviren des Geistes die Illusion alle Kinder und alle Menschen wären Genies, es gäbe keine Gehirngrößenunterschiede, es gäbe zwar genetische Körpergrößenunterschiede, es gäbe aber merkwürdigerweise keine genetischen Gehirngrößen und Gehirnleistungsfähigkeitsunterschiede, alle sind Genies und so weiter und damit wird quasi völlig verschleiert, dass man natürlich eine sinnvolle Politik machen muss und dass man darauf achten muss, dass man die Fägen im Lande hält, möglichst viel Fäge im Lande hat, möglichst viel Kinder von Fägen, Leuten mit großen Gehirnen hat, damit die neue Arbeitsplätze schaffen können, für die, die nicht das Lotterieglück in der Evolution haben, große Gehirne zu haben und sozusagen und dass man eben in allem eine vernünftige Politik machen sollte, dass man aus aller Welt herzlich einladen sollte, Leute mit großen Gehirnen, dass die ihre guten Gene hier mit einbringen in unseren Genpool sozusagen und sich mit uns vermischen, aber bitte schön keine Parallelgesellschaften und so weiter, alle solche Dinge wurden nicht beachtet, weil ihre Gehirne alle vollgefüllt wurden mit den parasitären Memen, also mit den Vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher NGOs und Sozialspartler und Arbeitsamtmitarbeiter und so weiter, die alle davon profitieren, dass es mehr Elend in der Welt gibt und so weiter und die sozusagen ihr Gehirn dazu gebracht haben, so nach dem Motto, naja, alles, egal, wer aus dem Ausland zu uns kommt, egal, ob kleines Gehirn oder großes Gehirn, das ist alles Gold, weil es gibt ja keine mit dem kleinen Gehirn, sind ja alle Genies, ja, in jedem steckt ja ein Genie und damit ein Schaffer von unzähligen Arbeitsplätzen, was eben leider nicht stimmt, das ist naturwissenschaftlich widerlegt, das ist bewiesen, dass es sich dabei um die Unwahrheit handelt, aber so ist das halt bei vorteilbringenden Irrtümern, die sind immer die Unwahrheit, Schluck Wasser. Ja, und durch die positiven Anreize werden wir diese Irrtümer aussterben lassen überall, sodass sie dann von solchen parasitären Memen beziehungsweise Killerviren des Geistes nicht mehr belästigt werden und dann auch zur Wahrheit zurückfinden können. Hier haben wir nochmal das Bild, das man sich vorstellen kann, wenn man das Gravitationsgesetz von Newton nochmal sieht, dass also hier Wasser fließt nach unten, ja, nach unten in Richtung Erdmittelpunkt, also folgt der Massenanziehungskraft sozusagen, insofern ist eigentlich nach unten wieder falsch, aber so für uns ist es ja immer die Vorstellung, dass es sich für uns aus der subjektiven Menschenperspektive immer von oben nach unten fließt, aber in Wirklichkeit natürlich zum stärksten Massenschwerpunkt sozusagen hinfließt und genauso verläuft auch die Evolution, die mimetische Evolution, dass nämlich sozusagen bestimmte vorteilbringende Irrtümer sich ausbreiten, wenn hier unten das Futter liegt, also wenn hier unten die positiven Anreize liegen, dann ist es eben das, so wie das Wasser immer zum Massen, zur großen Massenanhäufung hinfließt sozusagen, weil es von dort angezogen wird, genauso fließt sozusagen das Verhalten und die Evolution der Lebewesen und der Menschen und ihre Gedankensysteme fließt immer in Richtung sozusagen der der positiven Anreize, also der Ressourcen und wenn hier die die massenhafte Anheifung von positiven Anreizen beziehungsweise Ressourcen vorliegt, dann entwickelt sich die Evolution immer nach dahin, immer nach quasi genau wie das Wasser nur nicht bergauf fließen kann, kann sich auch die Evolution der Gedankeninhalte, der Irrtümer oder Wahrheiten immer nur entwickeln, nach dem, wo die positiven Anreize liegen und wenn es eben sozusagen aufgrund, wenn es am meisten Belohnung gibt, wenn man Irrtümer ausbreitet, dann breiten sich halt Irrtümer aus und wenn es eben mehr positive Anreize gibt, wenn man Wahrheiten verbreitet, dann verbreiten sich halt Wahrheiten in der Weltbevölkerung und da wollen wir ja hin. Ja und dann, ja das war aus meinem Vortrag beim Wahrheitskongress, dann haben wir hier noch einmal die Erinnerung dran, dass Links- und Rechtsradikalität gleichermaßen überwiegend von Leuten vertreten werden mit sehr kleinen Gehirnen und das dann eben je mehr man die Linksradikalität verlässt und zu den bodenständigen vernünftigen realistischen naturwissenschaftlichen Linken kommt, dass man da immer mehr dass das leider nur die Leute schaffen mit den größeren Gehirnen dann gibt es hier so auch durchaus einige sachliche Leute hier im CDU Bereich von linke CDU bis Mitte CDU gibt es noch einige vernünftige Leute sozusagen und dann beginnt aber schon der 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 die Werte Union das ist dann schon uninteressant wird schon leicht bräunlich ja und dann beginnt hier die AfD und ja und das können sie dann alles vergessen ja also der Wahrheitsbereich ist in diesem Bereich also interessant sind die Diskussionen aus links also Mitte links CDU und und Richtung neue also und Richtung bodenständige naturwissenschaftliche vernünftige linke also next scientists for future und ähnliche da finden die interessanten Diskussionen statt alles andere ist irrelevant kann als inspirationsgeber dienen hier zum Beispiel die gemeinwohlökonomie die durch auch durchaus etliche linksradikale Elemente und Züge an sich hat die kann als inspirationsgeber nützlich sein und sinnvoll sein deswegen sollten solche Gruppierungen auf keinen Fall aus der Liste der externen und internen Reformer ausgeschlossen werden aber ich hoffe dass es dann dazu kommt dass man versteht dass solche extremen Positionen nicht sinnvoll sind zu einer Hauptposition diese zu machen sozusagen dann schauen wir uns mal die Bilder weiter an hier sind also einige dieser Steuerungs- oder besser Messgrößen die man verwenden könnte um danach anhand dieser Messgrößen die positiven Anreize zu berechnen und auszuschütten sozusagen also Wohlfühlstimme Gesundheitsaufwand Erwartungskurve tatsächlicher Gesundheitsaufwand beziehungsweise Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens Man kann diskutieren ob man wirklich die Sicherheitsstimme braucht oder nicht Die Breitragsrückerstattung Sonderbelungensprämie finden manche gut manche zu unsolidarisch Steuer- und Abgabenleistung kann man verwenden um zum Beispiel die vorgezogene Mütterrente zu berechnen und 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 ja also so sieht man man kann also damit kann vieles verwenden ja ein möglicher Kooperationspartner ich habe ja gesagt also für uns mögliche Kooperationspartner sind ja mögliche Kooperationspartner sind eben immer noch denn die sind ja jetzt noch nicht am Ende die sind ja noch nicht endgültig gescheitert die werden ja erst bei der Landtagswahl Baden-Württemberg ihr blaues Wunder ihre Quittung für ein völlig unzureichendes Wahlprogramm bekommen und wahrscheinlich wird das dann das endgültige aus dieser Partei sein ich würde mich sehr wundern wenn das anders käme ich hoffe ich habe Unrecht aber immer noch ist es so Kooperationspartner für die Next Scientist for Future könnten ja sein die Basis wir 2020 die neue FRAG-Partei wenn sie nun endgültig entsteht oder auch diese eine bestehende Partei sich in diese FRAG-Partei umwandelt ich habe die entsprechenden Telefonate und Verhandlungen schon geführt das ist alles auf dem Wege denn quasi nachdem das Basisdemokratische in diesen Parteien höchstwahrscheinlich schon endgültig gescheitert ist kann man hoffen dass jetzt dann mit der FRAG-Partei das Basisdemokratische wirklich wieder auflebt natürlich immer mit der Empfehlung dass diese neue FRAG-Partei eben immer darauf achten muss die wichtigste Frage ist wehen nehme ich nämlich als Parteimitglied auf ohne dabei das Gebot der Herstellung einer möglichst nahen möglichst nah an einer repräsentativen Wählerstichprobe liegenden Mitgliedschaft sozusagen sodass man am Ende möglichst Mitglieder hat die einer repräsentativen Wählerstichprobe entsprechen denn sie können sich ja vorstellen wenn sie einfach ungefiltert Parteimitglieder aufnehmen und lauter Rechtsextreme oder Linksextreme drängen in ihre Partei rein dann kriegen sie ja keine vernünftigen Ergebnisse mehr dann kriegen sie entweder linksextremistische Positionen in der Partei oder rechtsextremistische sie brauchen also in der Partei möglichst müssen sie dem Ideal einer repräsentativen Wählerstichprobe nahe kommen sonst wird das nichts ja also darauf muss man als alleroberstes achten und dann natürlich auf die Einhaltung das echte Einhaltung das Basisdemokratischen und der freien Argumente Kultur Partei sozusagen und damit auch die Offenheit für freie Argumente aller externen und internen Reformentwickler auch wenn sie kurz Reformer auch wenn sie bestimmte externe Reformer interne Reformer mal vielleicht für drei Monate ausschließen müssen aus rein pragmatischen Gründen weil es sonst einfach zu verwirrend wird und zu viel wird aber alle drei Monate sollten sie dann eine Anhörung der Ausgeschlossenen machen damit sie gucken was bringen die jetzt an neuen Argumenten und neuen Ideen Schluck Wasser also niemals irgendwelche externen Reformer und äh äh internen Reformer endgültig ausschließen sondern immer nur ein bisschen nach vorne rücken etwas mehr Redezeit geben etwas weniger Redezeit geben aber niemals endgültig ausscheiden denn es könnte ja sein dass man genau die Reformer ausgeschieden hat die am Ende dann doch noch überzeugen können und am Ende die beste Politik für sie liebe Wähler innen machen dann gehe ich nochmal die Bilder weiter durch also andere Kooperationspartner wären für uns ja Greta Thunberg Luisa Neubauer Carla Remsmar gewesen ja die also auch nicht übrigens auch übrigens auch weil deren Organisation auch eben keinerlei basisdemokratisches Element haben sondern auch eher diktatorische Züge haben waren die auch wieder nicht in der Lage mit vielen externen Ideengebern zu arbeiten sondern haben sich auch nur konzentriert auf bestimmte ja merkwürdigerweise aus so einer Mischung die haben Partner zu sich ausgewählt die einmal dem linksradikalen linksextremistischen Lager entstammen und auf der anderen Seite eher einem rechteren Lager der konservativen Kapitalismus Freunde entstammen also zum Beispiel die scientists for future also unsere Konkurrenz zu den next scientists for future die ja auch mit uns nicht zusammen arbeiten wollten weil sie eben solche eher rechtslastigen Kapitalismus Freunde sind sozusagen war ihnen unsere Kritik an dem Raubtier Kapitalismus das war ihnen wohl zu gesellschaftskritisch zu linkslastig und also so das merkwürdige ist also dass eine solche komische Mischung aus Antifa Extinction Rebellion endige Länder also eher linksradikalen linkskriminellen Organisationen gekoppelt war mit den scientists for future die man eher als leicht rechtslastige konservative Kapitalismus Freunde bezeichnen kann ich habe das ja selbst erlebt dieser dieser Frank Schätzing der an der Universität Köln von den students for future eingeladen war das war ja ein konservativer Kapitalismus Freund der ja eben von einem verlassen das raubtier das bösartige raubtier kapitalismus nichts wissen wollte und ja und andere Kooperations Partners können dann eben jetzt zukünftig große Management Konzerne sein die sagen sie machen mit uns das große Geschäft indem sie eben mit uns und über uns das effizienteste Großunternehmenscoaching aller Zeiten verkaufen können und dabei sich eine goldene Nase verdienen ja das ist ja das hatten wir ja auch ihnen als Zuhörer angeboten wenn sie da eine Möglichkeit sehen die entsprechenden Kontakte herzustellen wir haben gesagt wir geben erst mal wir haben erst mal als Prämie als maximale Höchstprämie was man da verdient so nach dem Motto wir geben immer 90% dessen was bei uns auf dem Konto reinkommt geben wir ab an sie dann haben wir gesagt eine Milliarde haben wir erst mal als Prämie ausgesetzt eine Milliarde Euro ja und dann noch einmal das Bild hier können wir uns nochmal das haben wir ja immer benutzt als Weltkarte hier so Nordeuropa Südeuropa Afrika Australien Ostasien Ostasien Asien Nordamerika Südamerika aber wir haben das Bild auch immer benutzt als hier das sind so maximal 120 Individuen eine eine urmatriarchale Bonobo Schenker Kommune sozusagen wo dann die Schere zwischen Arm und Reich auch wieder zusammen geht weil die Männer wieder alles den Frauen und Kindern schenken und sich so der Reichtum dann immer verteilt auf alle Kommune Mitglieder und ja letztendlich und hier in den Nachbarkommunen leben unsere geliebten Enkelkinder und in der nächsten Runde nach außenrum leben dann also noch einen Kreis weiter leben dann unsere Urenkel und das ist dann unser Leben unser wahres Leben die besuchen wir ab und zu da gibt es rauschende Feste der Liebe und so weiter und das ist glückliches wahres glückliches Leben aber das musste uns der Raubtier Kapitalismus mit seinen Vorteil bringenden Irrtümern zerstören sodass sie wenn sie das jetzt vielleicht hören sagen ach da schüttel ich ja den Kopf ja also urmatriarchale Bonoboschenker Kommunen nee das will ich nicht ich bin doch ein monogames Tier ich bin doch ich bin doch ich bin doch eifersüchtig und monogam das kann ich doch gar nicht ja das denken sie so weil sie von klein auf mit diesen parasitären memen infiziert und vergiftet wurden mit diesen killerviren des geistes geschädigt wurden das können sie jetzt noch nicht aber bleiben sie doch einfach offen für die möglichkeit dass ihnen vielleicht einige leute vor ihrer nase irgendwann vorleben werden da wie glücklich sie geworden sind weil sie es geschafft haben vielleicht mit Hilfe einer VIAT einer vorteilbringende Irrtümer Aussterben Lassenstherapie oder vorteilbringende Irrtümer Aussterben Abbautherapie ihres ihrer psychologischen Beratung oder Psychotherapie der Zukunft sozusagen dann werden sie vielleicht sie sollten sich einfach nur nicht diese Glücksmöglichkeit es wird ja niemand in irgendeiner Weise gezwungen sich in irgendeine solche Mehrgenerationen Wohngemeinschaft überhaupt auch nur zu begeben ja also noch nicht mal sie zu besichtigen oder so sondern das geschieht doch alles auf absoluter Freiwilligkeitsbasis und sie sollten sich doch selbst diese Möglichkeit wenn doch die Naturwissenschaft die Einzelhinweise in der Naturwissenschaft ja eindeutige Hinweise liefern dass wir ja ich darf nur an den Eckzahnverlust hinweisen vor vier Millionen Jahren und so weiter also eindeutige Hinweise dass wir konstruiert wurden genetisch für diesen urmatriarchalen Bonobo-Schenker Kommunismus als fellloser Bonobo das Fell haben wir ja vor circa ich schätze mal vor 1,7 Millionen Jahren in dieser Größenordnung wurden wir dann allmählich felllos und ja das sind die Glücksmöglichkeiten also dieses Bild sagt auch viel über die Glücksmöglichkeiten und dann noch einmal wir haben also hier ja vor 13,8 Millionen Jahren so gegen die Evolution der Gehirne so über 400 Milliliter 500 Milliliter ja hier so vielleicht 1200 Milliliter dann das Maximum vor 40.000 Jahren 0,04 Millionen Jahren 1500 Milliliter und jetzt der Degenerationsprozess weil der Raubtierkapitalismus nicht nur ihre Gesundheit ihre Langlebigkeit ihren Reichtum und ihr Glück zerstört sondern auch ihre Gehirngröße zerstört indem er dadurch dass sich ja immer mehr vorteilbringende Irrtümer und parasitäre Meme und und Killerviren des Geistes ausbreiten kommt das ja immer mehr zu einer Bevölkerungspolitik in der sich die kleinen Gehirne ausbreiten und die Zahl der großen Gehirne zurückgeht und dadurch kommt das natürlich zu einer durchschnittlichen Gehirnschrumpfung bei uns und dieser Degenerationsprozess zudem kommt der körperliche Degenerationsprozess durch die immer schlechtere den immer krankmachenderen Lebens- und Ernährungsstil sozusagen und dadurch degenerieren wir wobei hier Rollatoren eingezeichnet werden müssen wir werden immer mehr zum osteoporotischen Krüppel und Behinderten und am Ende laufen wir alle mit dem Rollator schleichen wir dahin sozusagen und das ist eben ja das ist das was uns erwartet wenn nicht die Next Scientist for Future liebe Wählerinnen wenn nicht die Next Scientist for Future und die anderen externen und in internen Reformen ihr Leben wieder ganz viel gesünder länger reicher glücklicher machen und dabei bringt es uns gar nichts wieder Hassgrenzen aufzumachen und einen Krieg gegen unsere Milliardärskönige Politikkönige und Journalistenkönige führen zu wollen das bringt überhaupt nichts Krieg bringt wieder nur nur Verluste für uns ja und für sie liebe Wählerinnen wir müssen diese liebevoll und freundlich gewinnen für diese diese neue Reformierung des Landes und der Welt und so weiter und ja damit sind wir wieder ja das war dieses und damit fasse ich zusammen liebe Wählerinnen und Wähler wir fürchten die Basis wir 2020 haben sich jetzt schon endgültig von allem basisdemokratischen und freie Argumente Kultursituationen verabschiedet sind möglicherweise jetzt schon bedeutungslose linksextremistische linksradikale Parteien geworden mit einem Öko-Links Programm das sie wird nicht befriedigen können als Wählerinnen und Wähler wir unterstützen jetzt vor allem auch sind aber jederzeit natürlich gesprächsbereit auch in den zu allen Talkshows sind selbstverständlich die Mitglieder von wir 2020 und die Basis herzlichst eingeladen das beschreibt natürlich alles bestehen aber weil wir ja neutral bleiben ja denn noch steht ja nicht fest wer der endgültige Sieger wird wir haben nur eben die Hoffnung die Neuhoffnung für uns gibt es ja die zwei Neuhoffnungen nämlich dass wir als die effizientesten Großunternehmens Coaches vermarktet werden von möglichen zukünftigen Partnern die sich dabei eine Milliarde verdienen können und oder eben jetzt dass diese neue FRAG-Partei entsteht die freie Argumentekultur Partei die echte Basisdemokratie mit echten freien Argumenten alle Argumente auf den Tisch sozusagen sodass dann also eine Partei des Neulernens Neuwissenserwerbes entsteht ja Sie haben es ja mitgekriegt dass ich der Meinung bin dass Sie dieses naturwissenschaftliche Wissen was wir jetzt in fast 800 Sendungen ausgebreitet haben in den letzten Monaten und Jahren dass wenn Sie das alles studieren dass Sie dann ein so solides Studium naturwissenschaftlicher Überlegungen bekommen dass Sie dann wirklich auch durch dieses Neuwissen dann auch ja letztendlich bessere politische Regierensentscheidungen und Sie als Wählerinnen bessere Wahlentscheidungen treffen können deswegen verweise ich nochmal auf den Sender News und Talks da finden Sie insgesamt circa 900 Sendungen viele von uns aber viele auch von anderen von Arte und von Dreisat und von anderen und vieles über die neuen Parteien aber nur dann wenn das wirklich inhaltsschwer ist das meiste ist inhaltsleer aber in diesen 900 Sendungen finden Sie immer nur das inhaltsschwere ja das war es dann für diese wissenschaftliche Tagesschau heute die sich wieder mit der Politik auch beschäftigt hat und ich kann nur hoffen dass die Parteien die Basis und wir 2020 noch wieder zurückfinden zum Basis Demokratischen und wieder offen werden für alle externen und internen Reformer und nicht da willkürliche Vorauswahlen getroffen werden die dann zu unwählbaren Parteiprogrammen führen die eben nicht diese Möglichkeit haben die die Next Scientists for Future mitbringen nämlich das Potenzial 56% der Wähler begeistern zu können für ihre konkreten Reformansätze und einen konkreten Reformansatz sage ich noch mal zum Schluss liebe Wählerinnen und Wähler wie machen wir ihr Leben gesünder länger reicher glücklicher zum Beispiel bekommt ihr Hausarzt in Zukunft wird er nur noch dann belohnt wenn er ihnen nachweislich und bewiesenermaßen in der Lage war zu helfen viel gesünder zu werden sodass sie viele Krankheiten wie Krebs oder Herzinfarkt erst gar nicht bekommen können ja und ja das das ist zum Beispiel konkrete Politik wie wir das technisch machen können wir ihnen dann erklären aber wichtig ist ja erst mal dass wir genau dieses ganz konkret angehen wollen und werden ne und ja und dann wissen sie dass sie endlich was Gutes zu wählen dann haben ja das war's für heute tschüssi bis bald elimin top wird die be hard v